Ihr habt natürlich alle wie die, ja auch mal die Medikits eingesammelt, ne habt ihr doch nicht, cool. Ne, wieso auch? Was haben wir denn hier noch zu liegen? Eine Axt, ich brauch die Kettensäge nämlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, einen Degenerated-Guide zu heilen, weil der stirbt ja sowieso mal als erstes. Ey, auf mich gehen ja auch die, die ganze Zeit. Ja, komm, wir auch noch ab. Okay, los geht's. Geh mal vorrennen. Ey, der Neger. Vor allem der Neger. Ich hoffe, dass ganz viele farbige Mitmenschen dieses Video sehen. Und dann denkst du, was ist das für ein Arschloch? Ja. Dann sag ich dazu, ja. Ne? Mir was. Ich glaub, ne, kloppt ihm doch einfach die Axt in die Fresse und guckt den hier noch doof an hier. Hinter euch. Ah, jetzt kenn ich das wieder, okay. Oh, ja, schieß auf das Ding, wenn ich da hinlaufe. Sieh, konnte ich nicht sehen. Konnte ich nicht sehen. Ja, haha. Ich bin. Oh. 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 Boom. Wieso laufen die Zombies eigentlich manchmal am einen rum, um einzuschlagen? Ich verstehe das nicht. Weiß ich nicht. Kreislauf-Taktik, die ist schlimm. Und nun? Lampen aus. Ach, was kommt. Rocken die Schlampe. Offen, äh, Tank hier. Wo ist die Fotze? Hinter mir. Irgendwo. Die muss durch. Oh, die ist nicht runtergefallen. Die ist distracted. Die ist jetzt, 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 jetzt. Du bist ihr jetzt scheißegal. Oh, du anscheinend nicht. Du dämliche Fotze, ich hab dir gar nichts getan. Wir haben schon geteilt. Siehst du, das ist eine Frau, die weiß hat. Wie ist es, wie ist es braun? Schwankung. Dankeschön, das ist dir. Ich halte dieser dummen, ekligen Studenten-Coup erst mal in diese komische Milf, die da immer rum sitzt und heult vom Leib. Ey, und ich krieg sie wieder rein. Ach da. Naja, diese Milf, die ist, also ich würd sie nicht als Milf bezeichnen. Weil ich würd, ich würd nicht gern was mit der machen. Ich würd nicht gern. Ja, da ist irgendwo recht. Was das Wort, was die Abkürzung heißt, weiß ja hoffentlich jeder. Naja, Milf heißt Mother I like to fuck. Ja. Deswegen. Ich glaub nicht, dass das eine Mutter ist und ich glaub auch nicht. Das ist nicht, lernt man in der fünften Klasse. Antwortet ehrlich, want to have some fun? No. No? No. Oh, du Sau. Hässt du hier, alter Onkel? Onkel Ficker. Fick dich, Unheilzmaul, Onkel Ficker. So was kennt er wieder. Wirklich gar keinen Bock auf Spaß. Naja. 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 Alter, das steht's gegen Oste doch nicht groß. Bist du geil? Hast du Bock auf Gangbang? Hm. Zum, zum, zum. Ich hab Bock auf die Biberbumsebiene. Ah, ich hab Bock auf die Biberbumsebiene. Der geht ab da 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 da. Ah, ich hab den Dich nur zerstört. Da spießt die Nisse. Nicht von Mensch. Ah ja, da ist ein Tank. Fuck. Haha. Ach ja, da ist ein Tank. Drück auf den Highway. Wo ist der? Ich spring da nicht drunter. Auf dem Dach ist der Tank. Oh, ich renne so langsam. Oh, shit. Ach, ich hab ihn getroffen. Oh. Oh. Siehste, ich sag's ja. Gehen immer auf mich die Schwänzer. Brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Ich auch. Ich auch. Ne, ne, der Schwarze nicht. Der zuletzt. Boah, ey. Gerade aus dem. Ach, Marc, verpiss dich doch mal von mir, ey. Ich komm erst mal zu mir. Hier. Ihr seid aber nett. Heute. Oh, warum brennt der mir denn jetzt hinterher? Ey, häng ich an der dämlichen Leiter fest, ey. Ah, das ist der Tank, hallo. Boah. Spring da nicht aus dem Fenster. Oh, scheiße. Na ja, klar. Aber ich leb noch. Kannst mir mal hochhelfen. Jetzt ja. Ich komme. Ich komme zu dir. Oh, scheiße. Danke schön. Kannst du dich retten? Den Tank, den musst du an dieser Stelle so ein bisschen verarschen. Der ist hartnäckig. Ich werde nicht wieder. Was lernst du für scheiße? Hey, danke. Schau. Peter ist vor mir gestorben. Wer stirbt hier die ganze Zeit? Das lag daran, weil ich aus dem Fenster gefallen bin. Das ist echt süß, dass ihr euch alle heilen könnt und dass ich jetzt hier gleich voll am Arsch bin. Halt, komm ich da jetzt runter. Aus welchem Fenster bin ich denn? Das ist schon wieder falsch gesprungen. Du musst eigentlich ja hier lang gehen, ne? Ah, nee. Alle sind voll beisammen. Ich habe 24 HP, ey. Toll. Nein, mach das nicht. Ich bin noch nicht da. Da hat jemand Spass mit dem Boomer, oder? Boomer? Da ist da unten ein toter Boomer, der irgendwie voll zerstöckel ist. Ach so, ein Huma. uOOOOÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖuh! Er ist doch nicht ein Boomer. Er st tour gerne, ne? Geil, das ist kein Boomer. Das ist ein Rasenmäher. Jockey. Echt? dann hat damit ein rasenmäher viel spaß gehabt kann man die tue zu machen auch du bist ein idiot ey ja du musst doch nicht dahin rennen diesen boomer achtet ist ein saferoom ach das ist ne warte mal ich kenne das ende gar nicht mehr wir haben das seid ihr schon alle seid ihr schon hier und deshalb ist es ja du aber wir müssen uns jetzt durchkampeln von euch ja der genetik aber noch geben nein niemals ja auch immer noch ein paar köpfe weg waren los geht's auch du scheiße der dich ja richtig erwischt nee der den falsch erwischt ich hatte mit dem machete weggehauen junge kommst du durch ja ich habe was gut was gehört merkte das aber also dazu zählt nicht mich anzuschießen doch gerade ja wir haben jetzt wirklich ja wir haben es geschafft